Ja Leute, da haben wir es. Das ist mein Shubble der Schande, was ich eingekauft habe im März und ja, ich wollte eigentlich sparen und will ja immer sparen, aber das kommt dann dabei raus, wenn man was bestimmtes will und ja, man will ja auch erfahren, wie es weitergeht und jetzt zeige ich euch gleich meine Shubble, damit ihr wisst, was dabei rausgekommen ist. Auf geht's! Ja, willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute stelle ich euch mein Update für den Monat März. Ich wollte das Ganze schon vorher produzieren, das war leider nicht möglich, weil ich war viel unterwegs, da war ich noch beschäftigt, aber jetzt ist es machbar, dass ich euch zeigen kann, was ich hier eingekauft habe und ja, holy holy shit, schaut euch diese Stapel der Schande an. Das ist mein Einkauf und ich habe leider keinen Überblick, was ich da vorhin eingekauft habe, aber das mache ich euch jetzt, damit ich euch zeigen kann, was ich da eingekauft habe. Auf geht's! Ja, ich habe hier eigentlich die Eternal Edition von Sailor Moon, Band 4. Ja, das Ganze wurde mehrmals verschoben, um drei Monate, vier Monate und jetzt ist es da. Ich glaube, das wird auch mit dem fünften Band auch so passieren, dass Band 5 wahrscheinlich erst in drei Monaten wieder erscheint oder in vier Monaten, weil ich kann es verstehen, das Ganze muss ja glitzern, das kommt auch in Hartgabeformat, deshalb ist es halt so. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Lizenzgeber das so will, wie er das auch gerne möchte und wenn das nicht so kommt, wie er das will, dann ist es halt so, müssen wir halt warten. Ja, da haben wir es, Band 4. Und Band 5 kostet dann, glaube ich, 28 Euro, weil es ist ein bisschen dicker, deshalb. Und dann mit Band 6, glaube ich, auch wieder 25 Euro kosten. Genau. So, dann habe ich hier von einem Mangaka von Orange, der heißt Kimi Ni Nari. Ist ein Einzelband, kostet 7,50 Euro. Und da geht es um natürlich Musik und ich liebe Musik. Ich habe ja weggelesen, dann lese ich jetzt auch noch Blue Giant Supreme, auch sehr nice. Da kommt auch eine zweite Serie, beziehungsweise die erste Reihe von Blue Giant Supreme. Und ja, das ist natürlich auch sehr nice. Da hat mich auch gefreut. Ja. Ja. So, dann habe ich hier was ganz Besonderes von Gio Tanigoshi, was ich auch eingekauft habe, wollte ich schon vorher kaufen, aber es war leider nicht möglich, weil das Ganze kostet ja 22 Euro. Deswegen ist es halt das Problem gewesen, dass ich damals noch nicht gekauft habe, beziehungsweise nicht getraut habe, das zu kaufen. Und jetzt habe ich das gekauft und auch nachgeschaut, warum es hier geht. Da gibt es kurz Stories und verschiedene halt Story, ne? Und ja, wie heißt der Manga? Unruhige Geister und Stille, Gefährten. Ja, im großen Format, im Hardgaba sogar auch. Und jetzt habe ich hier da was ganz Neues von Gio Tanigoshi. Da haben wir es. So, dann habe ich hier was ganz Neues von einem anderen Manga Verlag. Manga, wie heißt der? Manga Jam. Genau, Manga Jam. Der heißt Wakaba im Kino. Ja, ich gehe gerne ins Kino. Ich gehe sehr, sehr gerne ins Kino. Doch leider ist das nicht möglich wegen Corona. Ja, deswegen. Ja, aber ich gehe normalerweise fast jede Woche ins Kino. Aber es ist leider, wie gesagt, nicht möglich. Ich hoffe demnächst wieder, wenn es denn möglich ist. Und ja, da haben wir was. Ein Manga über Kinofilme. Ja, auch sehr nice. Ich habe es leider nicht mehr geschafft zu lesen. Etwas habe ich davon gelesen, ja, aber... Aber ich kann es mir vorstellen, um es da geht, natürlich, ne? Ja, Band 1 ist draußen. Kostet knapp 8 Euro. Ja. So, dann habe ich hier was ganz Heftiges. Der ist ab 18. Und zwar habe ich hier Band 3 und 4. Auch den zweiten, das zeige ich euch gleich. Ähm, ja. Band 3 und 4. Der Manga ist halt ab 18, weil da werden viele Menschen umgebracht. Dann gibt es noch Sex und so weiter und so fort. Ja, ist nämlich nice und sehr realistisch von der Zeichnung her. Und ja, kostet jeweils knapp, ja, knapp 10 Euro. Und momentan lese ich diese Reihe, weil ihm die Story halt gefällt. Ja. Dann habe ich hier als nächstes Gute Nacht, Punkt, Punkt, Band 1 und 2. Die beiden sind ziemlich selten momentan, gerade bei Doki Pop. Ob es da einen Nachtdruck gibt, ist unwahrscheinlich. Und kostet momentan bei Ebay um die 70 Euro. Ne, jeweils ein Band. Dann habe ich mir gedacht, okay, weil das so gut ist, habe ich da auch den dritten gekauft. Ja. Wir haben hier im dritten Cover, äh, den Onkel von Pum Pum. Ja. Den habe ich noch nicht gelesen, weil ich habe demnächst Touren. Dann habe ich als nächstes The Rising of the Shit Hero, Band 9. Ja, mittlerweile gibt es in Deutschland, glaube ich, 17 Bänden ungefähr, ja. Ähm, im Shop gab es, oder gibt es immer noch, glaube ich, bei Doki Pop, so eine Karte oder Print von Bleach. Ist ziemlich groß, ist richtig edel und finde die Verarbeitung mega nice. So sieht es aus. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch eine schöne Seite. Ja. Und das ist ja auch der letzte Puzzle von Bleach. Weil davon gibt es nur drei und sind limitiert natürlich. Und wenn die dann weg sind, dann sind die halt weg. Ja. So, nach langer Zeit kaufe ich auch Yotsuba Band 13. Bisher gibt es 14 in Deutschland. Das heißt, den nächsten werde ich dann irgendwann später kaufen, bevor es dann ausverkauft ist. So, ein bisschen Horror aus Frankreich. Ich habe es leider nicht mehr geschafft zu lesen, werde ich aber demnächst tun. Band 3 erscheint demnächst, glaube ich, nächsten Monat bei Toki Pop. Und, ähm, was haben wir denn hier? Wir haben hier Vis... Visiles of the Dead. Band 1 und 2. Dann habe ich hier Dragon Ball Band 10. Da kommen die Cybox. C17, C18. Und ich finde diese Sage ziemlich nice. Und auch Dr. Jiru. Genau. Ja, ich finde diese Sage mega nice. Ja, dann kommt auch, glaube ich, Cell danach. Oder, ja. Mal sehen. Dann geht es weiter mit My Hero Academia in der ersten Auflage. Noch in der ersten Auflage. Weil ich weiß, dass davon ein paar Bände vergriffen sind. Aber die sind auch lieferbar in der zweiten Auflage. Und ich habe hier die erste Auflage gekauft. Und so habe ich hier My Hero Academia mit 24, 23, 22. Ja. Erstmal das. Dann habe ich hier Shi. Keine Katze, Shi. Beim Second-Cent-Bereich, beim Comic Planet gefunden. Für 3 Euro. Kostet normalerweise knapp 10 Euro. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Das Ganze ist mit Farbe. Komplett in Farbe. Und dann geht es darum, dass so eine Katze sich verlaufen hat. Keine zu Hause hat. Und dann später einen zu Hause findet. Ich glaube, diese Reihe ist mit 10 Bänden abgeschlossen. Dann habe ich hier als nächstes Sayonara Red Bell Band 1. Ja, es ist ein Boys Love. Ich lese auch Boys Love. Falls einer fragt, ob ich sowas lese. Ja, es kommt darauf an, ob das jetzt gewalttätig ist oder sexistisch ist. Dann lasse ich es sein. Aber ich habe gesehen, dass es hier ein bisschen düster ist. Und ich mag halt düster. Und deshalb habe ich mir das auch gekauft. Hier zum Beispiel. Ja. Und in der ersten Folge gibt es hier sowas. Sieht man das? Genau. Einmal das. Dann habe ich hier wieder von Hayabusa. Teach me how to kill you. Auch wieder was düsteres. Habe ich noch nicht gelesen. Weil, guck mal, wie viel ich hier habe. Kann man das schaffen? Garantiert nicht. Deswegen ist es meistens nicht immer möglich, wenn man immer beschäftigt ist oder halt unterwegs ist. So, und dann gab es bei Hayabusa ein Poster. Von My Gendless Boyfriend. Und auf der anderen Rückseite haben wir hier so eine kleine Mini-Story. Oder Lese-Probe. Und da sind die nächsten Bändel. Band 2 erscheint im Juli. Und Band 3 im Oktober. Ja. So, weiter geht's. Mit Peter Grill. Band 1. Auch da hatte ich leider nicht die Möglichkeit, rüber zu schauen, wo es da geht. Kostet halt 5 Euro bis Ende Juni. Dann geht's weiter für 7 Euro. So, weiter geht's mit Parasite in Love. Dieser Reihe ist mit 3 Wänden abgeschlossen. Da gibt es auch einen Roman demnächst. Und auch nicht wieder geschafft zu lesen, weil ich das vor kurzem gekauft habe. Beziehungsweise das Ganze erscheint für den April. Und das habe ich erst vor kurzem gekauft. Dann habe ich hier ein Manga, ein Gefühl namens Liebe Band 1 mit einem Notizheft für 7 Euro. Die meisten wollen ja immer so 12 Euro für was limitiert ist oder in der Erstauflage. Und das finde ich fair, dass der Manga es immer auch kostet. So, dann habe ich als nächstes den Pass Band 2 im Großformat für 10 Euro. Dann habe ich als nächstes Shai Band 1. Da geht es um Helden. Die kommen aus verschiedenen Ländern. Wie es zum Beispiel aus England, Russland, Deutschland sogar auch. Band 1. Auf einmal geht es wieder mit einer neuen Serie. Alles fast neu. The Dungeons of Black Company. Ja, ist nämlich nice. Da gibt es auch eine Serie demnächst als Anime. Ich habe angefangen zu lesen. Da geht es um einen jungen Mann. Der meinte, weil er so viel Geld hat, dass er nicht mal arbeiten muss. Und dann später in eine andere Welt auftaucht und doch arbeiten muss. Weil er keine andere Wahl hat. Ja, weil er gehofft hat, dass er nicht mal arbeiten muss. Und jetzt doch. Tja, so ist das Leben. Hart, aber auch ungerecht. Warte geht es mit Solo-Leveling-Roman. Ist ja mit 8 werden abgeschlossen. Und wenn das Ganze in Hardcover erscheint, für 24 Euro, dann haben wir am Ende eine große Summe. Ja, hier gibt es leider keine Bilder. Ist ja kein Light Novel, sondern ein Roman. Ja, da haben wir es. Band 1. Als nächstes habe ich hier Bonzo Witch Band 1. Ich glaube, da war Tokio Pop ein bisschen schneller, als die Polizei erlaubt. Bisher gibt es, glaube ich, in Japan zwei Bände. Und als extra hatte ich hier beigefügt diese Postkarten. Ja. Ziemlich dick für das 7,50 Euro. So, jetzt habe ich die komplette Serie von The Breaker. Die zweite Serie habe ich jetzt komplett mit dem fünften Band. Weiter geht es mit Innocence. Innocent Band 2. Da bin ich auch gerade dabei am Lesen. Und, ja, ich muss gucken, wo ich war. Weil, ich weiß nicht mehr, wo ich was gelesen habe. Ich glaube, bei der Seite 27 oder, 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 muss ich dann halt schauen. Wieder was von Jiyotanigoshi Skywalk. Ja, da geht es um Indiana und die beiden sind oder er ist aus Japan und die sind halt im Westen. Ja. So, weiter geht es mit Spice Spice and Wolf Band 5 von 9 habe ich ja bereits gezeigt. Dann habe ich als nächstes in der Limited Edition Tale of Witch Head Band 6 mit einem Skizelbuch. Als nächstes habe ich hier Arata, hatte ich schon vorher in meiner Sammlung Band 24, aber die Qualität war leider nicht so gut. Deshalb habe ich beschlossen, wieder was Neues zu kaufen. Ja, jetzt habe ich das doppelt von Arata und bisher gibt es noch keinen weiteren Band von Arata. Mal sehen, wann das nächste erscheint. Es bleibt abzuwarten. Ich glaube, ich bin damit abgeschlossen und zwar habe ich hier The What God Only Knows Band 14 auszimmelst selten. So, weiter geht es mit Remember Band 10 Na, bei dir 25 mit Mini Print Band da war er in der ersten Auflage. Real Account Band 2 Dann habe ich als nächstes die Box 2 von Bakuman erscheint demnächst auf Deutsch bei Kaze und Box 2 hat hier Band 6 bis 10 Dann habe ich als nächstes Central Man Band 4 so genug verpackt die Legende von Aftzer Ryo habe ich sogar mit der Box gekauft ist sogar schon ausverkauft bei Altreverse und das ist auch das letzte Band von der Reihe als nächstes habe ich hier was ganz cooles von Hiro Hiros Mashima und zwar habe ich hier Fairytale The Alien Zero und Rave hier eine komplette Serie hier in diesem Band mit wunderschöne Postkarten die sehen dann halt so aus ich glaube aber gab es auch ein Notizheft oder eine Mini Story da ist es da ist es ja dann habe ich hier den Zeitband von Bittering with You Run Run Away with My Girl Band 1 gab es noch nie als Buch und jetzt als Buch bei Hayabusa also was ganz besonderes ziemlich 12 Euro ja Up Support Schwester Band 2 dann habe ich hier Kult die Kreatur in der Limit Edition gekauft ich weiß nicht ob ich das schon gezeigt habe aber das mache ich auch jetzt in diesem Video da gab es eine Kette und eine Tasche dazu ich glaube auch ich habe eine Kitzel Kitzelbuch ähm wieso ist das hier so verbogen äh ein Mini Print wieso ist das hier so verbogen Alter ja Band 1 so ein bisschen verbogen und ein Aufsteller Alter ist das dein Ernst wieso ist das kaputt äh Alter wieso ist das kaputt ist das dein Ernst das muss man da umtäuschen wenn das kaputt ist oder bin ich blind das sieht doch kaputt aus seht ihr das hier ein Deck ist ein bisschen kaputt wie ist das denn passiert naja ich glaube ich werde es dann umtäuschen weil ich mag sowas nicht wenn das dann halt kaputt ist und zu guter Letzter habe ich hier noch Citrus Plus oder Plus in der Lima Detection geholt Band 2 und wenn man hier drüber geht dann riecht das hier nach Citrone ja Band 2 so ich glaube das wärs ich glaube das wärs glaub ich jup so siehts aus so das war's jetzt von meiner Seite aus ich hoffe euch hat das ganze gefallen lasst mir dort schon da und dann sehen wir uns hoffentlich am Ende des Monats wieder dann zeig ich euch was ich eingekauft habe und ich hoffe dass ich bis dahin nicht so viel Geld ausgegeben habe so wie jetzt ja jetzt ne ich muss das ganze hier noch aufräumen und auch noch schauen was ich als erstes lesen werde ich hoffe mal mit Dragon Ball Band 10 oder halt mit Innocent und so weiter und so fort gut das wärs ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben was ihr eingekauft habt wie viel habt ihr denn ausgegeben und was habt ihr gelesen dann wie gesagt bis dahin peace